. 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 Oh, diese Maske. Oh. Was reicht. Nein, wir ziehen uns nicht um. Es ist unser Balkon, ja? Der Virus ist in der Luft. Haha, und wer sagt das? Der Hausarzt, den hat's auch gewischt. Hahaha, aber das ist doch logisch, immerhin hat der Kontakt zu Erkrankten. Die Sterbter sind wir aufgeschmissen. Er kann doch wieder gesund werden. Die Sterberate liegt bei einem Prozent. Da ist doch so kalt. Stimmt aber. Besser sind meine Eltern in die Berge fahren sollen. Martin, es gehen weder Flügel noch zu hinein. Nein! Wir hätten ja auch zu deinen Eltern fahren können. Es sind bloß zwei Autostuben. Bist du bescheuert? Muss er sie umbringen? Meine sind egal, oder was? Nein, aber die sind doch keine Asthmatiker. Die sind doch auch keine Asthmatiker! Es ist die Pandemie, Claire. Beginnt wie ein Schnupfen. Oder eine Krippe. Und wandert dann die Lungenflügel. Dann kannst du nicht mehr achten. Aus! Martin, Schluss jetzt rechts! Martin! Martin, ist alles okay? Komm! Ganz ruhig! Martin, ganz ruhig! Einatmen! Ausatmen! Monica, veratmen hinein! Einatmen! Ausatmen! Einatmen! Ausatmen! Wir folgen doch alle Hygienemaßnahmen draußen! Wir halten uns doch voll an die Regeln! Und zu Hause auch noch ein Lockdown! Martin, komm! Ich hol die Rettung! Oder? Magst du das? Nein! Mensch, der macht mich... Der macht mich wahnsinnig! Nein! Musik Musik